Für den persönlichen Gebrauch können Sie diese Maske natürlich unter gewissen Umständen auch wieder aufbereiten. Wenn die nicht defekt ist, wenn Sie sehen, dass das Gewebe noch in Ordnung ist. Häufig wird auch angefragt, ob man diese Maske nicht auch bügeln kann. Das ist ein bisschen problematisch, weil wir nicht wissen, ob wir diese 70 Grad wirklich erreichen und wie lange wir beim Bügeln brauchen, um diese 70 Grad zu erreichen, um die Viren sicher abzutöten. Genau das gleiche gilt für die Stoffmaske. Sie können diese Masken aus Baumwolle, können sie auch selbstverständlich in der Waschmaschine waschen. Auf keinen Fall unter 60 Grad, sondern am besten zwischen 60 und 95 Grad. Ansonsten müssen Sie die so schnell wie möglich aufbereiten, da sich die Erreger, besonders wenn die Maske feucht ist, sehr gerne und sehr schnell vermehren. Wenn Sie die Maske abnehmen und nicht sofort waschen, sollten Sie die in einen Bereich legen, der trocken ist und gut durchlüftet ist, damit die Maske abtrocknen kann. Die Fensterbank wäre eine gute Möglichkeit und wenn die Sonne scheint, hat man sogar den Vorteil, das nach UV-Strahlung ist und auch UV-Strahlen vernichten Erreger.